Guten Tag Herr Ammann, mein Name ist Thorsten Boerberg und ich bin der Erfinder des Fit-It-All-Ernährungsprogramms. Mehr als 150.000 Endkunden haben in über 500 Fitnessclubs bereits daran teilgenommen und mit unserer Hilfe die Ernährung begleitend zum Fitnesstraining verändert. Leider gibt es unser Programm noch nicht bei Update. Vielleicht können wir das bei Meet-It-Top ändern? Ich freue mich jedenfalls darauf, dass wir uns kennenlernen und möchte Ihnen bereits heute unser Angebot für die Update-Studios vorstellen. Mit dem individuellen Fit-It-All-Online-Startprogramm gelingt es Ihnen, das Themenfeld Ernährung professionell zu besetzen, Mitglieder erfolgreich zu machen, den Thekenumsatz zu stärken und Empfehlungen für neue Mitglieder zu generieren. Und das komplett ohne Aufwand für Schulung, Organisation oder Vertrieb und natürlich ohne Lizenzgebühr. Wie das funktioniert? Sie übergeben Ihren Kunden bei Abschluss einer Mitgliedschaft den Zugang zum 8-Wochen-Online-Startprogramm für Ernährung. Wir begleiten Ihren Mitglied vom ersten Tag an virtuell und führen es strukturiert in allen Fragen der Figurernährung, geben Tipps und Hinweise für mehr Erfolg. Das 8-Wochen-Online-Programm umfasst ein Video-Coaching, ein Hörbuch, verschiedene E-Books und den Zugang zu mehr als 1500 Seiten mit Rezepten. Durch unser begleitendes E-Mail-Marketing stoßen wir darüber hinaus Ihren Thekenumsatz an und aktivieren Ihre Mitglieder zur Generierung von Empfehlungen. Übrigens, alle Ihre Kunden erhalten Sonderkonditionen für Einkäufe im Fit-it-all-Online-Shop und Sie partizipieren an allen getätigten Umsätzen durch eine Provision. Ich freue mich auf unser Gespräch auf Mallorca und stelle Ihnen die Details und unser exklusives 30%-Rabattangebot gerne in einer Präsentation vor. Bis dahin, mit sportlichen Grüßen, Ihr Thorsten Bohrberg.